Wo habe ich ja bloß einen Basie? Vielleicht könnte ich mit dem Basie die Leute mit einem Schlag ausknocken. Oder gibt es hier ein Messer? Habe ich die Tür hier schon aufgemacht vorhin einmal? Hier gibt es ein Rohr. Baseball oder Rohr? Ich glaube der Baseball ist besser. Das Schatz kommt von hier! Das Schatz kommt von hier! Der Chief sagt er, er hat den Tod zu sehen. Okay, einfach mit dem Baseball. Okay, wenn der andere wegläuft, geht's. Okay. Nicht schnell hier. Ich denke, das ist hier. Ich werde ihn sehen, oder? Noch nicht. Gut, so geht's doch. Erstmal ein bisschen First Aid. Die Tür öffnen. 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 Okay, ich sollte einfach abhauen. Ich sollte einfach abhauen. Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Ich habe einen Schottkopf. Ich habe ihn. Der Schott wird besser aus dem Schottkopf. Du kannst nicht weg. Jeder Schottkopf in der Stadt ist außerhalb. Der Schottkopf ist ein guter Mann. Ich bin mein Mann, hear that? Good Mann! Get to his side! Fuck. Shit! Wenn die mich einmal haben, bin ich am Arsch. Ich war schon ein Stück weg unten! Ich war schon ein Stück weg unten! Ich bin ein Stück weg. Get to the side! Don't putten! Ich bin ein Stück weg! Ich bin ein Stück weg! Ich bin ein Stück weg! Ist es schlauer einfach durch zu rennen? I don't know. Vielleicht. Vielleicht ja schon. Einfach durch rennen. Ich versuch's. Okay. Nein. Geht auch nicht. Man könnte es ja versuchen. Leider muss ich gleich aufhören, dass es schon zu spät ist und ich morgen früh raus muss. Ich kann es nicht mehr aufhören. 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 Alle Mann in der Stadt ist draußen. Turnbull war ein guter Mann. Hört das? Ein guter Mann. Ich hoffe, es ist doch niemand von hinten. Er ist nicht hier. Ich versuch's da. Darian! Hier! Den treffe ich ja nicht mal. Kill! Bastard! Ich will nicht aufhören. Hör aufhören! Wo ist das, jetzt? Geh weg, ihr guckt! Geht da rein! Geh weg, ihr guckt! Geh weg, ihr guckt! Geh weg, ihr guckt! Schön, dass übrigens hier die Sirene noch funktioniert. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geht ein! Geh weg! Je Oh! Garry 2! Eyes out! Not me. Let's try there. Don't find that gun! All cars, all officers, please converge. Go, 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 come, 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 come! Come on, we got it! We got it! We got it! We got it! eine Karte. Ein Kopf auf dem Bike? Really? Ich hätte nur eine Waffe mitnehmen sollen. Ich habe ein scheiß Problem. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Das ist ja mal ziemlich beschissen. Die werde ich doch niemals los. Auch wenn es jetzt so aussieht. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Officers reporten sie. Wir haben ihn. Er ist nicht in der Fahrt. Move in jetzt. Alter, das ist nichts. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich bin am Arsch. Renn! Blib stehen! Ich brauche den fucking Auto! Oh Mann! Fähnesthaft. Und weil ich keine Schrotze im Auto habe, kann ich die nicht abschiessen? Kann ich die Waffe irgendwie noch wechseln? Wahrscheinlich nicht. Und woanders raus geht es auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Und woanders raus geht es auch nicht. Hold it, we can! Hold it! Ich brauche eine andere Waffe. Puh. Das ist echt beschissen. Das ist echt schwer. Wahrscheinlich einfach ein Policay Auto stehlen. Sicherlich schneller als andere Fahrzeuge. Ja, null Munition. Auf jeden Fall schneller. Aber das bringt mir nichts. Das ist mir immer noch auf dem Fersen. Komm schon. Und dass man diese Scheissdinge nicht umfahren kann. Es ist behindert, dass ich die Schrotze habe. Es ist echt doof. Ey Junge. Ich kann damit nichts anfangen im Auto. Ich muss echt die Schrotze wichsen. Jetzt, los, 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 los. Was ist das denn? Ich wichsele gleich den Schwierigkeitsgrad. Es geht ja mal gar nicht. Es geht ja mal gar nicht. Klar. Oder muss ich die alle zuerst erledigen? Nein. Nein. Lad halt nach. Naht, halt alles nach! Alter! Okay. Ich probiere es jetzt noch zweimal, wenn es da nicht klappt. Weisst du, man muss hier einfach weg. Man kann sich hier nicht zu lange aufhalten. Das ist ja das Problem. Was ist der Zeitpunkt? Rein da. Er ist in der Auto. Kunde ihn, bevor es noch weiter geht. Ja, moin! Was ist das denn? Ey, ne, komm schon Really Das kann es doch nicht sein Ich bekomme gleich einen Ragequid Haben wir ein Auto? Ich muss unbedingt noch eben den Revolver wechseln Das ist natürlich auch schön Das ist doof Weißt du, wieso muss man die Scheibe einschlagen wenn das Auto ja eigentlich offen wäre? Was ist das? Die Karre ist ja auch beschissen Okay No Das war's Bye Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Bis dahin Ciao Ciao servis Töta 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 Tschüss Tröta Töta Töta Tabla Töta Töck Töta 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 Töta